Die 80er, das letzte Jahrzehnt der deutschen Teilung. Viele haben tiefe Ängste um die Umwelt. Ich hab nicht geglaubt, dass ich älter als 30 werde. Vor dem Dritten Weltkrieg. Tatsächlich steht der mehr als einmal kurz bevor. Neonfarben, geschmacklose Klamotten. Die Endzeitstimmung sorgt für kulturelle Blüten in West und Ost. Dauerbälle, bis es kein Material mehr gab, das sind für mich irgendwie die 80er. Und niemand ahnt, wie nah die Zeitenwende schon ist. Man spürte, die Zeit ist reif, irgendwas wird jetzt passieren. Der Osten im Umbruch, die Hoffnung wächst. Dann kam glücklicherweise die Wende, wie für mich gemacht. Nimm uns aus sich. Kein. Es ist offen. Was wir liebten, wie wir lebten, was uns bewegte. Die 80er. Schlusskapitel des Kalten Krieges. Seit fünf Jahren ist Helmut Kohl Bundeskanzler. Doch Ende der 80er bröckelt seine Macht. Bei der Bundestagswahl 1987 verliert die Union fast 5%. In der Partei formt sich Widerstand gegen den Mann aus der Pfalz. Die Wirtschaft stagniert. Die Arbeitslosenzahlen verharren auf Rekordniveau. Stagnation auch im Osten. SED-Chef Honecker weigert sich beharrlich, dem Beispiel Gorbatschows zu folgen. Statt auf Reformen und Offenheit setzt er weiter auf das alte System. Die totale Kontrolle durch Polizei und Staatssicherheit. Die Angst vor einem Machtverlust ist groß. Die DDR versucht mit aller Kraft wirtschaftlich mit dem Westen Schritt zu halten. Vergeblich. Marode Städte und eine zerstörte Umwelt sind die Folgen dieser Politik. September 1987. Udo Lindenberg live in Koblenz. Wenige Tage zuvor hatten sich der Panik-Rocker und SED-Chef Erich Honecker in Wuppertal getroffen. Schon lange träumt der Sänger von einer DDR-Tournee. Nun könnte es klappen. Der Sonderzug nach Pankow endlich starten. Auch der erste Mann der DDR darf nicht einfach ins andere Deutschland reisen. Jahrelang musste Erich Honecker auf grünes Licht aus Moskau warten. 1987 ist es endlich soweit. Der gebürtige Saarländer ist das erste Mal seit der Teilung Deutschlands auf Staatsbesuch im Westen. Ein besonderes Ereignis. Bis ins Detail perfekt geplant. Gaumenfreuden inklusive. Honeckers Weinhändler an der Mosel kennt sich aus. Ja, ich weiß vom Staatsratsvorsitzenden, dass er am liebsten halbtrockene Weine sehr füllig und kräftig in einer dezenten, leichten Süße am liebsten bringt. Auch im Programm das Karl-Marx-Haus in Trier. Seit vier Jahrzehnten regiert die SED mit harter Hand im Osten. Doch je länger sie an der Macht ist, desto größer scheint die Kluft zwischen Marx'scher Theorie und der tristen Realität im Überwachungsstaat. Ich habe immer gedacht, dass das so Leute waren, die Prägung hatten, die aus dem Krieg kamen, die im KZ gesessen haben, Kommunisten waren, die gedacht haben, okay, wir bauen jetzt hier was anderes auf. Und dann so plötzlich an ihre Grenzen gestoßen sind, also die Angst bekommen haben vor ihrem eigenen Volk. Und aber eigentlich an sich selber gescheitert sind, an ihren eigenen Idealen, die sie plötzlich vergessen haben. Also ihre Träume, die sie ja mal hatten, durch irgendwie Parteiprogramme und Restriktionen ersetzt haben. Anders Michael Gorbatschow. Der freundliche Reformator mit dem markanten Muttermal wird für die krisenmüden Deutschen zum Hoffnungsträger. Auch für den aus der DDR ausgebürgerten Liedermacher Wolf Biermann. Er widmet dem Kreml-Chef einen eigenen Song. Bleibe klug und bleibe schlau. Sei ein Kind und sei ein Mann. Und sei tapfer wie eine Frau. Oi, oi, Mama, Hoffnung, die ich heg. Mütterchen, mein Russland, macht sich auf den Weg. Und oi, oi, Kinder, lasst mal in die Glut. Feuerchen, du wärmst mich und das macht mir Mut. Ich glaube, es ist keiner unter unseren Zuschauern und hier im Saale, der Gorbin nicht Erfolg wünscht. Das entsprach ja auch der Hoffnung, dass sich im Warschauer Pakt etwas bewegt. Vielleicht auch zum Guten hin für die Menschen in der DDR. Es war nicht so, dass daran die Hoffnung geknüpft wurde oder die Erwartung geknüpft wurde, dass die Sowjetunion und der Warschauer Pakt zusammenbricht. 1987 erschüttert die Barschel-Affäre die Bundesrepublik. In einem Genfer Hotel wird der CDU-Politiker Uwe Barschel tot aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem Selbstmord aus. Wenige Tage zuvor war Barschel als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident zurückgetreten. Die Bombe platzte einen Tag vor den Landtagswahlen. SPD-Spitzenkandidat Björn Engholm wurde im Wahlkampf ausspioniert. Ein enger Vertrauter Barschels hatte alles daran gesetzt, um den politischen Gegner zu diskreditieren. Als immer mehr pikante Details bekannt wurden, erklärte Barschel, Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe halblos sind. Ich danke Ihnen. Doch weder die Öffentlichkeit noch die eigene Partei glauben dem CDU-Politiker. Barschel war ja überaus ehrgeizig und kämpfte mit allen Mitteln. Und man sah plötzlich, dass er mit politischen Mitteln operiert hatte, die gesetzeswidrig waren. Und dann war er weg. Und es endete ja dann auch ziemlich tragisch. Besonders anstößig Barschels Mitarbeiter hatte das Gerücht gestreut, SPD-Herausforderer Björn Engholm sei HIV-positiv. Aids ist das große Angstthema der 80er. Aids wird Anfang der 80er Jahre noch als Randphänomen betrachtet. Eine Krankheit, die nur homosexuelle Männer und Drogensüchtige treffen kann, glauben viele. Die meisten Infektionen werden anfangs vor allem in Berlin registriert. Also um die Ecke. Bei mir war das Kaffee Lila. Mochte ich sehr, war ich oft. Und die Jungs waren halt alle schwul und da lebt niemand mehr. Das ging ja wie mit der Sense. Aids war in den 80er Jahren, vor allem in West-Berlin, also weil West-Berlin eben diese große schwule Szene hatte, ziemlich großes Thema. Aber es war doch so, dass die meisten Heteros gedacht haben, also ich drücke kein Heroin, ich hab keinen schwulen Sex, also kann mir eigentlich nicht passieren. Eine trügerische Sicherheit. Über die Drogenszene gelangt das Virus ins Rotlichtmilieu. Und obgleich das Wissen über die Übertragungswege wächst, ändern nur wenige der Freier ihr Sexualverhalten. Die Freier wollen ohne Gummi. Und ich stehe manchmal wirklich zwei, drei, vier Stunden ohne einen Markt zu verdienen, weil ich nur die Türen zu mache und nicht mitfahren kann. Das ist also nicht an den Freiern. Die Risikogruppen sind nicht wir, sondern die Freier, weil die einfach nicht kapieren, dass jetzt also hier mehrere Männer sind, die hier pro Nacht kommen und die wir bedienen müssen. Und also wirklich ein Risiko ist, die kapieren es einfach nicht. Von einer Lustseuche sprechen katholische Fundamentalisten und Bayern plant, infizierte Personen abzusondern. Absonderung heißt also in einer Einrichtung, wo natürlich dann auch therapeutische Maßnahmen durchgeführt werden, sicherzustellen, dass der Infektionsträger die Infektion nicht weiter verbreitet. Das heißt also letztlich eine Freiheitsentziehung. Deswegen sieht das Gesetz vor, dass die Entscheidung durch den Richter getroffen werden muss. Es gab dann das Vorhaben der CSU vor allen Dingen, mit Gesetzen gegen Aids-Krankere vorzugehen. Und das wurde letzten Endes verhindert von Rita Süßmuth, die damals von Kohl ins Kabinett geholt worden war und unter anderem für Gesundheitsfragen zuständig war. Aber das war eine grundlegende Auseinandersetzung zwischen sehr konservativen, klerikal-konservativen und einem liberalen Spektrum der CDU. Gesundheitsministerin Rita Süßmuth setzt auf Prävention statt Repression und startet 1987 eine groß angelegte Aufklärungskampagne. Was würde ich tun, wenn hier jemand Aids hätte? Ganz klar, weiterarbeiten natürlich. Warum auch nicht? So wie mit einer Grippe kann man sich mit Aids nicht infizieren. Da kann man auch mal angenießt oder angefasst werden. Da kann man auch mal eine Tasse vertauschen. Das macht nichts. Dadurch kann das Aids-Virus nicht in die Blutbahn kommen. Und deshalb ist es für mich kein Problem, mit Aids-Infizierten zusammenzuarbeiten. Im Gegenteil, die brauchen unsere Hilfe. Ob jemand infiziert ist oder nicht, darauf kommt es nicht an. Gib Aids keine Chance. Ich habe dann zum Beispiel auch schnell einen Aids-Test gemacht. Als ich dann in der Beziehung war, wollten wir beide wissen, dass wir safe sind. Weil wir wussten ja vorher nicht, ob uns was vielleicht passiert ist. Dann haben wir einen Aids-Test gemacht, wussten beide. Und das war dann auch so sechs Wochen, da musste man glaube ich darauf warten, dass so, oh, ist alles gut. Man fühlt sich ja eigentlich gut, aber irgendwie war so eine Spannung da. Und dann, als es dann kam, dachte man, ja, super. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das war für jede Rockband, auch besonders in den 80ern, natürlich immer ein Thema. Und das hat natürlich in vielen Köpfen und auch in der Rockwelt, denke ich, einiges verändert. Dass man eben einfach nicht mehr so bedenkenlos losziehen kann und die freie Liebe, das war vorbei. Auch in der DDR ist Aids ein Thema. Die SED ahnt, dass sich das Virus auf Dauer nicht vom eisernen Vorhang abhalten lässt. Trotz Mauer gibt es regen Kontakt zwischen der schwulen Szene in Ost- und West-Berlin und auch viele freier Pendeln zwischen den Etablissements. Das habe ich wahrgenommen, das haben wir auch mitgekriegt. Das war ein großes Thema, war Student zu der Zeit. Aber ich dachte, und wie viele meiner Kommilitonen auch, naja, das hat ja mit uns nichts zu tun. Das war auch für mich so was, oh, das hat mit dem Osten nichts zu tun, mit der DDR. Ihr habt ja die Mauer und wir sind hier so ein bisschen geschützt. Was natürlich vorher Quark war. Safer Sex? Kondome? Für die Jugend im Osten kaum ein Thema. Die Pille gibt es kostenfrei, Abtreibungen sind hier legal. Teenager in der DDR haben im Durchschnitt früher und häufiger Sex als ihre Altersgenossen im Westen. Doch bei aller Freizügigkeit, sie heiraten auch früher. 91 Prozent der Frauen sind berufstätig. Und mit jedem Kind verringern sich die Schulden. Diese Unbeschwertheit, mit der man sich da irgendwie Kinder kriegen konnte, das war ja manchmal auch so ein bisschen funktionalistisch. Mit Kindern kommt man vielleicht eher an eine eigene Wohnung ran und so eine Geschichte. Aber sich da keine Sorgen drum zu machen, also nicht um den Job zu kümmern darf ich jetzt, bin ich in meiner Karriere so weit und so sicher, dass ich es mir jetzt erlauben kann, mit 45 und den ersten grauen Haaren jetzt vielleicht ein allererstes Kind zu zeugen. Sondern man ist ja irgendwie rinneerang, ich war 20 oder sowas. Ich dachte, tja, ich will, wenn die Erwachsenen, ich will denen quasi einen Handstand zeigen können. Im Osten ist der Wohnraum zwar nicht teuer, aber knapp. Wohnungen werden zentral vergeben, vorzugsweise an kinderreiche Familien. Unverheiratete und kinderlose Paare haben kaum eine Chance auf ein eigenes Zuhause. Daran ändern auch die Plattenbauten nichts, die der Staat im Eiltempo an den Stadträndern errichten lässt. Für die junge Generation zermürbende Zustände. Vom Staat im Stich gelassen, greift sie zur Eigeninitiative. Leer stehende Gebäude, die wegen ihres desolaten Zustandes nicht mehr vermietet werden dürfen, werden kurzerhand gekapert. Eines der bevorzugten Viertel ist der Prenzlauer Berg in Ost-Berlin. In den 80er Jahren entwickelt sich hier eine alternative Szene, die sogar die Wessis beeindruckt. Ich habe dann, als ich journalistisch angefangen habe zu arbeiten, ab 83 im Rias, tatsächlich eine ganze Menge zunehmend private Kontakte in die DDR gehabt. Unter anderem war ich mit einem Fotografen befreundet, der Cover für Ostbands gemacht hat. Und der mir diese gesamte Kultur, auch Subkultur, Ost-Berlins sehr nahe gebracht hat. Das war eine supercoole Erfahrung, weil es eben so ein Step in eine fremde, unheimlich spannende Welt war. Sascha Andersson ist der Guru der Untergrundbewegung und ein Türöffner für Westjournalisten. Was seine Freunde damals nicht wissen, der Dichter ist einer der eifrigsten inoffiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Jahrelang denunziert Andersson Künstlerkollegen und sorgt dafür, dass kritische Stimmen gegen das Regime in der Szene kaum Gehör finden. Das war die Stasi, die das so wollte, Sascha Andersson. Der hat das extra entpolitisiert und ist auf diese schicke Tour gekommen und so weiter. Und der Sack hat mich dann in West-Berlin noch verraten. Also so eine krummen Hunde haben eben wirklich Linien bestimmt, die heute immer noch so verbreitet werden, als wäre das wirklich der Impetus der Leute gewesen. Berlin, künstlich geteilt in zwei Lebenswelten. Wer in der DDR keine Verwandten oder Freunde hat, fährt nur selten rüber. Mit einem Zwangsumtausch von 25 D-Mark und oft schikanösen Grenzkontrollen heißt die DDR-Westdeutsche nicht unbedingt willkommen. Ost-Berlin war furchtbar spießig, die DDR. Man hat immer Ärger an der Grenze, man hat immer Ärger gehabt, wenn man an einer Raststelle einen fünften Stuhl am Tisch gestellt hat, wo vier stehen mussten. Deshalb wollte man da nicht unbedingt sein. Und mit Oppositionellen, wenn man jetzt, sagen wir, Schriftsteller kannte oder andere Dissidenten, das war eigentlich immer sehr traurig. Wenn man als Westler rüberfuhr, dann musste man kurz vor zwölf los und ist dann nach West-Bilien, hat noch bis vier in der Kneipe gesessen und debattiert. Und wusste, die sitzen da drüben, so ein bisschen duster und haben das alles nicht. Also man hatte so ein schlechtes Gewissen, dass man privilegiert ist. Das hat, glaube ich, viele zurückgehalten, da sehr intensive Kontakte zu pflegen. Im Westen mag man es in den 80ern eher schrill und bunt. Selbst in Adelskreisen hat jetzt die punkige Löwenmähne die gepflegte Föhnwelle abgelöst. Fürstin Gloria von Thon und Taxis wird 1987 mit ihrer Frisur zum absoluten Medienliebling. Nachher machen sie es dann wieder kaputt. Also kann man ja nicht schlafen gehen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe sowas noch nie getragen. Schrille Frisuren sind auch das Markenzeichen der Punkbewegung. Das Äußere soll provozieren. Die Spießer, die Angepassten, das Bürgertum. No future ist der jugendliche Slogan der 80er Jahre. Egal ob Punk oder nicht, die Beschäftigungskrise verunsichert. Mehr als die Hälfte der jungen Generation sieht ihre Zukunft eher düster. In West-Berlin kommen Jugendliche auf eine ganz besondere Idee. Weil sich gar nichts rührte, haben sie einen ungewöhnlichen Brief an den Oberbürgermeister von Ost-Berlin geschrieben. Um Ausbildungsplätze drüben gebeten. Ja, also ich würde echt jeden Tag rüberfahren und dort mal eine Lehrstelle machen. Wie gesagt, es sind nur zwei U-Bahn-Stationen. Und warum nicht? Es ist auch ein gutes Ost-West-Verhältnis. Ost-Berlins OB aber lehnt das Ansinnen mit Bedauern ab. Selbstreflexion im westdeutschen Fernsehen. Die internationale Konkurrenz ist groß. Besonders asiatische Unternehmen drängen auf den Hightech-Markt. In der Unterhaltungselektronik ist Japan in den 80er Jahren ganz weit vorn. Mit in Germany ein Auslaufmodell? Der Präsident des Patentamtes schlägt Alarm. Im letzten statistisch erfassbaren Zeitraum veröffentlichte das japanische Patentamt rund 10.000 Patentanmeldungen aus dem eigenen Land zu dem Gebiet Halbleiterbauelemente. Mein Amt konnte nur knapp 300 solche Anmeldungen aus dem eigenen Land veröffentlichen. Die neuen Technologien verändern die Gesellschaft. An der Börse locken lukrative Gewinne mit spekulativen Finanzgeschäften. Statt auf solides Wachstum setzen viele auf schnellen Erfolg. Der moderne Mensch lebt für Karriere, Konsum und Lifestyle. Man zeigt, wer man ist und was man hat. Yuppies werden das Ideal der späten 80er. Auf einmal brach eine Stimmung aus. Luxus, die Frittenbuden führten plötzlich Champagner. Natürlich war das nur eine hauchdünne Schicht wie immer, die dann plötzlich irgendwie die Korken knallen ließ. Und jetzt aber, und jetzt geht's aber los und jetzt ist alles super und wir konsumieren und so. Aber diese Stimmung hat sich auch auf die Leute ausgebreitet, die überhaupt keine Kohle hatten. Die 68 haben so einen Individualismus hervorgebracht. Sie haben ja sozusagen das Individuum propagiert. Wir sind keine konforme Masse mehr, wir lassen uns nicht manipulieren. Wir denken selbst, wir sind frei, wir stimmen unser Leben selbst, machen es aber im Kollektiv. Das Kollektiv ist dann in so ein 80er Jahren verloren gegangen und übrig geblieben ist dieser Individualismus, der aber dann auch völlig narzisstisch und konsumistisch sich austoben kann und nichts mehr mit einer Gesellschaft zu tun hat. Das Mobiltelefon wird zum neuen Statussymbol. 1985 startet in Deutschland das sogenannte C-Netz. 15.000 Mark kosten die ersten Handys, dazu kommen Grundgebühren von über 200 Mark. Dennoch, 1988 zählt das C-Netz bereits 100.000 Teilnehmer. Michal Gorbatschow, auch in der modernen Kommunikation, ein Trendsetter. Der Kreml-Chef lässt sich in Helsinki mit dem Cityman der Firma Nokia ablichten und beschert dem Unternehmen rasant steigende Verkaufszahlen. Das 10.000 Mark teure Modell erhält daraufhin den Beinamen Gorba. Während der sowjetische Parteichef mit dem Westen flirtet, schaltet die SED-Führung auf stur. Von Glasnost und Perestroika Offenheit und Umgestaltung wollen die DDR-Funktionäre nichts wissen. Stattdessen unterdrückt der Staat jede Kritik brutal. Im Januar 1988 findet in Ost-Berlin der alljährliche Gedenkmarsch für die KPD-Gründer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg statt. Dissidenten und Ausreisewillige wollen diese offizielle Veranstaltung nutzen, um Reise- und Meinungsfreiheit einzufordern. Schon im Vorfeld werden sie von der Stasi abgefangen und verhaftet. Unter ihnen auch der mit Berufsverbot belegte Liedermacher Stefan Kraftschick. Ich wollte einfach auf meine Situation aufmerksam machen. Es war eine deutsche demokratische Republik, da muss es doch den Bürgern möglich sein. Aber es war mir nicht möglich, gleich in der nächsten Straßenecke wurde ich verhaftet. Da kamen zwei große Kerle auf mich zu, früh um 8. Und haben gesagt, sind Sie Stefan Kraftschick? Was soll es denn da sagen? Und da haben sie mich dann mitgenommen, abgeführt, nach Rummelsburg gefahren. Und dort war meine letzte große Action in der DDR. Da habe ich mit den ganzen, die da auch verhaftet worden sind, das waren so um die 70 Leute im Keller, mein Polizeistaatlied gesungen. Ich habe die Strophe gesungen und die haben den Refrain dann mitgesungen. Frag doch mal einen Polizist, was eine Polizeistaat ist und zur Antwort kriegst du dann, alle scheißen alle an. Das war eine Stimmung und die Bullen haben dann mit ihrem Schlüssel ans Gitter gehauen und hatten gegen diese 70 Kehlen keine Chance. Und das war dann die letzte Aktion. Und dann bin ich nach Hohenschönhausen und da war der Spaß vorbei. Im berüchtigten Berliner Untersuchungsgefängnis wird der Liedermacher vor die Wahl gestellt, entweder viele Jahre Haft oder die freiwillige Ausreise in den Westen. Wenn du die Wahl zwischen zwölf Jahren Gefängnis oder Ausreise hast, da ist mit freiwillig wirklich die Ausrufe, die Anführungsstrichen müssen sehr dick sein. Da hat mich dann irgendwann später sozusagen, das fing mich an, das schlechte Gewissen zu drücken, nicht zu sagen, ob ich die Musik gut finde von dem, ob der Schlager macht oder Volksmusik oder sowas, ist ja völlig egal. Wenn der rausgeschmissen wird, wenn dem die Existenzgrundlage weggenommen wird, dann kann mir das auch jeden Tag passieren. Und da habe ich doch aufzustehen und zu sagen, nee, ich stehe hier für meinen Kollegen ein, ja, haben wir nicht gemacht. Leichte Kost gegen das Magendrücken der Bevölkerung. Staatlich verordnete Unterhaltung, um das Image der Parteiführung aufzupolieren. Doch auch Popgymnastik und Modenschauen können die wachsende Unzufriedenheit nicht besänftigen. Viele junge Menschen äußern offen ihre Kritik am System. Selbst Parteimitglieder plädieren inzwischen für Reformen. Vergeblich. 1988 das Aus für das sowjetische Magazin Sputnik. Der Grund, ein kritischer Bericht über Stalin. Da war ich schon beim Radio und eine Kollegin, die hatte Sendung und hat gesagt, heute ist, eröffnete die Sendung mit den Worten, heute ist ein Sputnik abgestürzt. Und spielte im Anschluss die Band 6-6 Sputnik. Und in der Folge wurde sie vom Sender genommen, also durfte nicht mehr arbeiten. Das war schon, also wo man merkte, es passiert was. Also wo man plötzlich, so schlimm das war, wie mit der Kollegin umgegangen wurde, es stehen Leute auf und wehren sich. So, das hat bei mir noch eine Weile gedauert, bis ich mich gewehrt habe, aber ich hab das bewundert. Bruce Springsteen spielt in Ost-Berlin. Und über 200.000 DDR-Bürger singen gemeinsam mit dem Boss Born in the USA. Für einen kurzen Moment sind Mauer und politische Entmündigung vergessen. Wir haben ja diese Konzerte auch begleitet und darüber berichtet. Und deswegen war ich natürlich auch da und hab auch verstanden, warum das passiert. Also weil sie natürlich merken, wir müssen den jungen Leuten, deren Sprachrohr wir ja waren, als Jugendsender, als Jugendprogramm, auch etwas bieten. Also wir müssen sagen, guckt mal, ihr habt doch hier, kommt, wir holen die Leute nach Berlin und in die DDR und ihr könnt sie euch angucken. Wir sind ein offenes Land. Das Ventil, das Ventil wurde immer weiter aufgemacht, nur das nutzt ihr immer ja nicht, immer weniger sozusagen. Politisch ist ja ja nicht passiert, also für DDR-Bürger eine politische Eröffnung, sondern eben nur, sie sind, jetzt grönen wir mal alle von mir aus Born in the USA. Das war natürlich auch ein Ausverkauf eigentlich. Während es in der Beziehung zwischen Ost-Berlin und Moskau kriselt, kommen sich der Kreml und Bonn immer näher. Im Herbst 1988 empfängt Gorbatschow Bundeskanzler Helmut Kohl. Eines ihrer Gesprächsthemen ist die DDR und das deutsch-deutsche Verhältnis. Es war ja auch klar, dass Gorbatschow Honecker gegenüber sehr skeptisch war und wie hieß der Spruch, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das zielte ja auf Honecker. Das war ja die Hoffnung. Deswegen war ja Gorbatschow auch in der Bundesrepublik so angesehen. Weil man dachte, wenn so jemand in der DDR die Regierungsgeschäfte übernehmen würde, dass dann vieles leichter würde. Gewinner der Annäherung zwischen Bonn und Moskau sind deutschstämmige Sowjetbürger. Sie können nun schneller und leichter in die Bundesrepublik übersiedeln. Für viele dieser Menschen eine lang ersehnte Veränderung. Ab 1988 wächst die Zahl der sogenannten Spätaussiedler rapide. Wir fühlten uns vielleicht deutscher als die. Und viel länger da und hatten größeres Selbstverständnis, deutsch zu sein, die man einfach nicht angenommen hat. Das ist das Verrückte. Aber man hat diese Wurzeln angenommen, die vielleicht zwei, drei Generationen hinten dran waren. Wir haben uns darüber gewundert, klar. Aussiedler, aber auch Asylsuchende strömen vermehrt nach Deutschland. 1988 sind es bereits über 100.000 aus dem Nahen Osten, aber auch aus Ost- und Südosteuropa. Viele Deutsche fürchten um ihre Arbeitsplätze und glauben, dass die Flüchtlinge das soziale System bedrohen. Rechtsradikale Parteien und Gruppierungen erhalten starken Zulauf. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus erreichen die Republikaner Anfang 1989 aus dem Stand über 7 Prozent der Wählerstimmen. Mal gemein, haben sie ja viele Meinungen der Bürger, die Republikaner. Es will ja keiner zugeben, dass er sich benachteiligt fühlt, wenn die Umsiedler kommen, wenn die Ausländer hier sind. Ich meine, die Berliner haben kein Recht auf eine Wohnung. Meine Kinder suchen schon lange eine Wohnung, die kriegen keine. Die einen zieht es in den Westen, andere in den Osten. Immer wieder suchten Musiker einen Weg, in sozialistischen Ländern aufzutreten. Modern Talking hat es geschafft. Das Pop-Duo ist eine der ersten Bands, die ihre Platten in der Sowjetunion verkaufen dürfen. Toll finden das die Moskauer Fans und können die Hits ihrer Idole sogar auf Russisch trillern. Dieter Bohlen und Thomas Anders sehen sich selbst als Botschafter. Die Musik aus dem Westen, ein Freiheitsversprechen. Eine Band zu haben, die nicht vor 30 Jahren erfolgreich war im Westen, sondern momentan aktuell im Westen erfolgreich ist. Und dann halt eben diese Musik offiziell zuzulassen, dass sie auch gekauft werden darf. Das war für die Menschen so ein Einschnitt in ihr Leben, dass sie auch so positiv bewerten. Das höre ich heute noch sehr, sehr oft, wenn ich meine Konzerte gebe, dass Menschen halt eben zu mir kommen, die sagen, mit Modern Talking, mit deiner Musik fing für uns ein neues Leben an. Das Moskauer Lenin-Stadium im Sommer 1989. Heavy Metal und Hard Rock vom Feinsten. Und das im Mutterland des Kommunismus. Neben Bon Jovi und Ozzy Osbourne rocken auch die deutschen Scorpions, die jubelnden Massen. Für all diese amerikanischen Bands, die sind nach Hause gefahren. We rock the Soviet Union, yes! Und für uns hatte das eine ganz andere Bedeutung. Wir haben gesagt, unsere Eltern sind mit Panzern gekommen, wir kommen mit Gitarren. Das hatte schon einen ganz anderen Hintergrund, auch einen ganz anderen emotionalen Hintergrund, als in den USA zu spielen. Und dann so ein gigantisches Festival in diesem Lenin-Stadion, wo das olympische Feuer angezündet wurde. Da musste man sich schon die Augen reiben, dass das jetzt auf einmal möglich war. In Deutschland herrscht noch immer politische Eiszeit. Eine 1400 Kilometer lange und streng bewachte Grenze trennt Ost und West. Die Flucht aus der DDR hoch riskant. Im Februar 1989 wird der 20-jährige Chris Geffroy bei einem Fluchtversuch an der Berliner Mauer erschossen. Einer von vielen. Schätzungen nach sterben im Laufe der Jahre an die 1000 Menschen bei dem Versuch, in den Westen zu fliehen. 1989 prophezeit SED-Chef Erich Honecker öffentlich, dass die Mauer noch in 100 Jahren stehen wird. Wir haben Honecker geglaubt, dass die Mauer noch in 100 Jahren steht. Ich glaube ohnehin, dass die allermeisten, die heute sagen, nein, man konnte das ja schon sehen, damals ist auch alle nicht geglaubt. Währenddessen entstehen Schlupflöcher im eisernen Vorhang. Weit weg von Ost-Berlin. Im Sommer 1989 lässt Ungarn immer mehr DDR-Bürger nach Österreich ausreisen. Nach Verhandlungen mit Bonn fällt am 11. September offiziell die Grenze. Für DDR-Bürger in Ungarn ist der Weg nach Westdeutschland jetzt endgültig frei. Im September 1989 sind es bereits über 150.000. Alle im Lager gewesen, ne? Uns war ganz toll, da wir möchten uns dann nochmal recht herzlich bei der BRD bedanken und bei der ungarischen Regierung. Endlich raus, endlich raus, echt. Als die DDR-Führung die Visa-Vergabe nach Ungarn stoppt, stürmen die Ostdeutschen in Prag die Botschaft der Bundesrepublik. Nach zehn Verhandlungen mit der tschechoslowakischen Regierung verkündet Außenminister Hans-Dietrich Genscher die erlösende Botschaft. Viele Ostdeutsche aber wollen in ihrer Heimat bleiben und dort für eine andere demokratische, menschliche Gesellschaft kämpfen. Anfang September 1989 gründen sie das neue Forum. In Leipzig gehen Oppositionelle mit Transparenten auf die Straße. Es ist der Beginn der sogenannten Montagsdemonstrationen. Als sozusagen dann massenweise die Leute geflohen sind und sozusagen die Situation so unhaltbar, habe ich die empfunden, so verworfen und so moralisch am Boden. Was ich selber dafür hatte, jetzt muss ich mich unabhängig von meinem, also als Privatmensch sozusagen, als Bürger, auch da einschalten und da was machen. Herzberg und andere prominente Musiker verfassen einen Appell an die Staatsoberen, ihre Politik zu ändern. Die Resolution wird auf Konzerten verlesen, doch die Medien schweigen darüber. Mit der Gründung des neuen Forums haben sich auch die Künstler positioniert, also einige Künstler und gab so eine Erklärung von den Künstlern und die erreichte mich dann auch, die habe ich dann auch unterschrieben. Und das hatte dann für mich natürlich auch so, du, du und du musst diese Unterschrift zurücknehmen oder du kannst hier nicht länger arbeiten. Das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach auch zeigen, dass ich, dass ich nicht einverstanden bin. In Leipzig erhalten die Montagsdemonstrationen immer mehr Zulauf. Am 9. Oktober 1989 sind es bereits über 70.000 Menschen. Die SED-Spitze erwägt den Einsatz von Sicherheitskräften, will die Demonstrationen notfalls auch mit Gewalt stoppen. Doch einige Funktionäre aus Leipzig sowie prominente Künstler wie der Dirigent Kurt Masur vermitteln und verhindern eine Eskalation. Man spürte, die Zeit ist reif. Irgendwas wird jetzt passieren. Man hatte natürlich auch große Angst, dass Panzer auffahren würden. Die SED-Hardliner kapitulieren. Erich Honecker erklärt am 18. Oktober seinen Rücktritt. Der neue Parteichef Egon Krenz verspricht Reformen. Zu spät. Die Ostdeutschen wollen jetzt ihre Zukunft selbst gestalten. Ich merkte, dass eben in dem privatesten Raum plötzlich anfingen, Leute wirklich sich zu politisieren und zu sagen, wir gründen jetzt hier Parteien oder organisieren uns. Bis hin dann zur größten Form der Euphorie, diese Demonstration am 4. November. Der Alexanderplatz in Ost-Berlin. Rund eine halbe Million DDR-Bürger demonstrieren für mehr Demokratie. Unter den Rednern Künstler, Oppositionelle, aber auch SED-Mitglieder. Noch aber hält die Partei an ihrem Machtmonopol fest und kann sich dabei auf Polizei, Armee und Staatssicherheit stützen. An der Mauer gilt noch immer der Schießbefehl. Um den wachsenden Unmut zu besänftigen, plant die DDR-Führung mehr Reisefreiheit für ihre Bürger. 9. November 1989. Pressekonferenz des SED-Politbüros in Ost-Berlin. Es geht um die neuen Reiseregelungen. Kurz vor Schluss überrascht Günter Schabowski mit einer Bekanntmachung. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangstellen der DDR zur BRD erfolgen. Wann tritt das nach meiner Kenntnis? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Dann haben wir das ja gehört, was Schabowski gesagt hat. Und dann haben wir gesagt, los, wir fahren jetzt mal zur Sonderlehe. Dann bin ich mit einer Frau zur Sonderlehe gefahren. Und die kannte ein paar Schleichwege. Und wir haben hinten rumgefahren. Wir waren früher als Kinder mit Fahrrad langgefahren. Und da sind wir genau gegenüber der Sonderlehe rausgekommen. Und da standen ein paar Tausend, Tausend Menschen oder noch mehr. Die haben immer gerufen, mach das Tor auf. Wir kommen direkt, wir kommen direkt, wir kommen direkt. Tor auf! Auch am Grenzübergang Bornholmer Straße sammeln sich die Massen. Ein Ansturm, auf den die DDR-Wachposten nicht vorbereitet sind. Günter Schabowskis Bekanntmachung hat nicht nur die Grenzbeamten, sondern auch ihre Dienstherren kalt erwischt. Was jahrzehntelang unmöglich schien, wird plötzlich Wirklichkeit. Die Mauer fällt. Und keiner weiß, was tun. Nach fast drei Jahrzehnten kommt zusammen, was für viele schon lange zusammengehört. Ich habe eine Musiksendung ab 20 Uhr moderiert. Und das war genau die Zeit, wo das losging. Und wo sich Reporter von draußen meldeten und rein telefoniert haben. Hier passieren gerade komplett verrückte Sachen. Als ich dann abgelöst wurde, sind wir sofort ans Brandenburger Tor gefahren. Und es standen hunderte von Menschen auf der Mauer. Wir natürlich auch sofort hinterher. Und dann sahen wir, wie die Ersten von der Mauer runtersprangen. Und dann bin ich durchs Brandenburger Tor gelaufen. Und das war für mich, als kleiner Westberliner, der jetzt 24 Jahre in dieser Stadt gelebt hatte, etwas so Unvorstellbares, dass ich durch dieses Tor laufe. Waschauer Straße sind wir rüber. Wie unter Drogen, wie im Rausch. Adrenalin bis unter die Haarwurzeln. Und ich weiß noch, dass ich unglaubliche Angst hatte, dass ich nicht mehr zurückkommen darf. Weil es war so unglaublich alles so durcheinander. Also das ging alles so schnell. Und wir sind da durch diese Schleuse und dann schon die Polizisten, die da standen. Und das war mir alles so ungeheuerlich, als ob die uns veralbern, als ob die uns loswerden wollten. Ich dachte immer, oh Gott, das ist ein Fake. Die wollen uns einfach loswerden und die lassen uns da nicht wieder rein. Ich hatte totalen Bammel. Das ist endlich unsere Stunde. Die Stunde der Freiheit. Die Stunde der Freiheit. Freiheit! Ich habe zu den Leuten gehört, die gedacht haben, ist das jetzt wirklich gut, dass die Mauer fällt? Ist es nicht der Anfang vom Ende der DDR? Und ich gehörte zu den Leuten, die gedacht haben, lass uns doch mit diesem Land was anfangen. Und in dem Moment, wo diese Mauer auf war und alle was anderes zu tun hatten, als sich um diese DDR zu kümmern, habe ich gedacht, schade. Und tatsächlich, mit der Mauer fällt auch der Rückhalt für die Deutsche Demokratische Republik. Nach Jahrzehnten der Beschränkung und Überwachung erscheint das Westmodell vielen Bürgern attraktiver. Das ahnt auch Bundeskanzler Helmut Kohl. Am Tag nach dem Mauerfall formuliert er vor dem Schöneberger Rathaus seine große Vision. Es geht um Deutschland. Es geht um Einigkeit und Recht und Freiheit. 28 Jahre nach dem Mauerbau feiern die Menschen in Deutschland den Jahreswechsel zum ersten Mal wieder gemeinsam. Es ist das unerwartete Ende eines Jahrzehnts voller Krisen- und Kriegsangst und der Anfang einer historisch einmaligen Wiedervereinigung. Das ist das ein Jahrzehnt. Das ist das ein Jahrzehnt.